Ich bin der Werner Schuh und arbeite jetzt seit sechs Jahren für den Nationalpark Kohltauern, komme gebürtig aus Zell am See und habe meinen Hintergrund von der Lebensgeschichte her, bin Skiführer, Skilehrer, bin sehr früh ins Ausland gegangen als Trainer, als Skilehrer, habe auch da gearbeitet, war dann über zehn Jahre in Kanada, Schweiz, Frankreich, Jukon tätig und wie gesagt, bin vor einigen Jahren zurückgekommen. Da in einem Kitzsteinhorn gibt es im Sommer zweimal täglich eine kostenlose Führung mit verschiedenen Stationen, themenspezifisch zur Region, also zu dieser Höhenlage und dann, wenn man in die Galerie kommt, steht man sozusagen Auge in Auge mit den höchsten Bergen Österreichs, Großglockner, und man schaut direkt in den Nationalpark Kohltauern hinein, den größten Nationalpark der Alpen, und das ist eben eine schöne Sache, man kann das gut vermitteln. Ein Rat für Gäste, auch die vielleicht sonst nicht so ins Hochgebirge kommen, können da herum das ganz einfach erreichen. Mir gefällt eben da, dass man wirklich alles hat. Du kannst Veranstaltungen, du kannst hingehen, wenn du dann ein Werde haben willst, sozusagen, oder Events, wie man da heute sagt, dann kannst du das anschauen. Du kannst aber genauso gut in einer halben Stunde komplett in einem abgeschiedenen Waldstück sein, oder hinten draußen sein, irgendwo im Hochgebirge, wo du den ganzen Tag keinen Menschen siehst, also das macht es wirklich aus, also diese Mischung, wenn man sagt, du brauchst keine Ruhe, dann gehst du eine halbe Stunde, eine Stunde und bist weg von allem, kannst du da auch, und es ist alles sehr, sehr erreichbar, also du bist in einer Stunde in Salzburg, in vier Stunden in Venedig, und da kannst du, das ist links sehr zentral, sehr günstig, das ist eine tolle Region zum Leben, ja, gute Lebensqualität haben wir.